Hallo Leute und ein recht herzliches Willkommen von der Wiesn vom Oktoberfest 2022, was so eben eröffnet wurde und pünktlich zum Start fängt es an zu regnen. Heute Morgen schien noch die Sonne und jetzt schüttet es. Die Sarah ist mit dabei, der Olli ist mit dabei. Servus. Wir haben wieder viel vor, wir haben uns extra schön eingekleidet, wie ihr seht, waren im Trachten-Shop, also hier sieht man es, denn wir haben uns natürlich auch warm angezogen, wo es regnet. Ist natürlich ein umpassen. Die letzten Jahre, also vor drei Jahren und das Jahr davor, hat die Sonne geschienen, wir haben uns gedacht, wir müssen uns auch mal Trachten kaufen. Kaum haben wir sowas gekauft, fängt es an zu regnen und man kann das Zeug nicht mehr anziehen. Das sagt nämlich der Bayer. Ich hatte die letzten zwei Wochen eine Lederhose an, auf den Herbst. Da war ja auch schönes Wetter. Deswegen kriege ich heute klassischen Jeans. Wir nicht. Mal gucken, wenn es aufhört zu regnen oder es mal ein bisschen wärmer wird, vielleicht sieht man uns dann auch mal noch anders gekleidet. Nächste Änderung dieses Wochenende ist, dass wir nicht nur heute hier sind, weil die Zeit wäre doch immer ein bisschen knapp wohl, die letzten Jahre. Wir werden morgen nochmal, ja so einen halben Tag hier vorbeischauen, dann das machen, was wir vielleicht nicht geschafft haben. Gerade auch wegen dem Wetter wird es so sein, dass wir wahrscheinlich nicht so durchhusteln werden wie sonst. Und immer mal gucken, dass wir so kleine Regenpausen haben, wenn wir die Rides machen, damit es in den Videos natürlich dann auch ein bisschen besser aussieht. Mit was fangen wir an? Irgendwas hier auf dieser Kreuzung. Wir hätten hier einmal den Topscreen von Bausch. Mega geil. Wir werden heute eine Fahrgeschäfte-Kollektion sehen, die wir seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Schwere Fahrgeschäfte, Fahrgeschäfte, die wirklich lange nicht auf Reise waren. Und Stromausfall. Musikausfall. Naja. Wir schauen mal, womit wir anfangen und wenn wir was gefunden haben, melden wir uns sofort wieder. Wir haben uns jetzt was ausgedacht. Wir fahren jetzt was mit Dach. Und da hier ziemlich viele Achterbahnen stehen und das nicht nur kleine. Wir haben nämlich zum Beispiel die Doppelmaus, die einzige überhaupt noch existente in Deutschland und auch nur in München. Wir werden jetzt aber nicht mit der wilden Maus fahren, sondern mit dem Höllenblitz, der sich da befindet. Auch eine riesige Anlage. Eigentlich muss man froh sein, wenn man eine von den ganzen großen Anlagen in Deutschland zieht. Hier sind alle. Vier Euro für einmal rutschen. Happy Birthday bei dem Wetter. Oktoberfest. Die Preise beim Oktoberfest wurden natürlich, sicherlich, freisichtig, vielleicht auch noch mal ein Stück angezogen. Obwohl die echt auch immer sehr hoch angesetzt sind. Wir werden euch das heute mal ein bisschen zeigen, was so eine Fahrt kostet. Gebt mal einen Tipp für Höllenblitz ab. Zehner. Zehner? Ja. Neun. Sag ich. Gewonnen. Gewonnen. Neun Euro Höllenblitz. Und wir sind auch die Einzigen, die jetzt fahren. Wow. Kinder 6 ist ja günstig. Das ist 3 Euro billiger. Unser Plan geht nicht auf, denn die N Menzels Original Münchner Zugspitzbahn hat noch geschlossen und der Höllenblitz auch. Super. Erst in einer Stunde. Hä? Gleiches gilt übrigens auch für den XXL Racer, der auch noch geschlossen hat. Wir haben was gefunden, was uns fahren lassen will. Wir fahren Breakdown. Ja. Es ist so kalt. Da hättest du dir aber was anderes anziehen sollen. Wir haben uns extra in Bayern beraten lassen. Wir haben uns wirklich einkleid lassen. Jetzt haben wir Breakdance zum Einspielen. Und abziehen! Wir haben uns da auf das Kiste gehalten. Wohin. Wie ist das? Wir haben uns da. Wir haben uns da. Ja. Wir haben uns da. Es ist so klar. Das ist der absolute Super-Spaß! Direkt gegenüber vom Brake Dance kommt auf jeden Fall eins der Highlights. Und ich habe mich sehr gefreut, als es dann irgendwie doch aufgebaut hat, weil es auf der Beschickerlistung irgendwie gar nicht drauf stand. Wir werden jetzt zum Mond fliegen und zwar mit dem Mondlift. Richtig cool, eine Hus Enterprise. Die letzte, die noch auf Reisen ist, kann man auch fast nicht mehr sagen. Bis jetzt dieses Jahr keinen Platz gehabt und es sieht danach aus, als würde Zähle dieses Fahrgeschäft auch verkaufen wollen. Es gibt zumindest eine Verkaufsanzeige. Das heißt, die Absicht wird wohl da sein. Deswegen nutzen wir es auf jeden Fall nochmal aus, bevor es zu spät ist, die letzte reisende Enterprise hier nochmal zu fahren. Ich denke mal, gerade die ältere Generation kennt das noch ziemlich gut. Kennt man eben als Enterprise früher auf so vielen Festen vertreten. Ein Über-Kopf-Fahrgeschäft ohne Bügel. Das heißt, ihr werdet nicht nochmal zusätzlich gesichert, sondern werdet nur durch die Kraft, die euch in den Sitz durchfahren drehen, in den Sitzgehalt und habt dementsprechend keine Sicherung, obwohl es über Kopf geht. Das ist halt eine coole Sache. Wir kaufen uns jetzt hier mal für 5 Euro ein Ticket. Ein Fahrpreis, der hier auf der Wiese wirklich gerechtfertigt ist, den würde ich auch auf anderen Plätzen zahlen für das Geschäft. Und dann lassen wir uns einmal durchschleudern. Ha, der ist sogar trocken! Madame! Geht los, Adrian! Ja! So, alles da ist, geht los, wir starten und fallen auf und raus! Wuhuuu! Wohoho! Wohoho! Oh, lang kann der Dach mal mehr. Nee! Wuhuu! 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 Wuhuuu! Wuhuu! Es hat wieder angefangen zu regnen in dieser Fahrt, deswegen seht ihr auch ein bisschen Tropfen hier. Ihr seht, hier ist nichts zu festhalten außer die Gitter, kein Bügel oder so, das ist halt das coole an diesem Gerät. Damit dreht sich alles. Juhu, Shuttle 1 hat er einfach. Wie war die Fahrt Sarah? War höchst anspruchsvoll. Alter, das ist voll verschmiert. Für Sarah war es anspruchsvoll, wir sind nämlich zusammengefahren und Sarah ist immer vorne fast vorm Sitz gerutscht. Voll ansprechend. Also bei mir war es relativ entspannt. Bei dir so? Ja, war geil. Das ist halt ein Stück Volksfestgeschichte. Ich hab halt echt Angst, dass es jetzt die letzte Fahrt war. Ja, muss man aber jetzt rechnen. Deswegen in München alles mitnehmen, wir kommen dann noch zu anderen Sachen. Solche Klopper stehen hier. Wir sind hier mitten auf so einer Kreuzung, davon gibt es einige hier in München. Und die sind meist immer an den ganzen vier Kreuzungsecken mit Fahrgeschäften gebaut. Also wir haben hier den Mondlift, die Musik Express, den Brake Dance und hier den Flipfly. Der auch aus München kommt, München beheimatet ist. Ist uns aber hier tatsächlich ein bisschen zu teuer. Wir sind ja jetzt schon ein paar mal gefahren, 7 Euro nimmt er hier in München. Somit haben wir uns hingefahren. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Alles bewegt sich. Alles bewegt sich. Wuhuuu. Check your body. Wuhuuu. Die Wiesn-Neuheit, zumindest im Fahrgeschäftsbereich. Zirkus Zirkus. Noch nie hier gewesen. Jetzt ist ja das erste Mal am Start. Wir haben es mal mitgenommen, ganz zufällig, ganz kurzfristig. Die haben ja auch so richtig geile, das frage ich euch mal. Da sind ja immer, alle Schausteller immer ganz wild. Die machen für die Wiesn ja immer ihre Geschäfte hübsch, das ist unfassbar. Hauptsache sie kommen irgendwie auf dem Platz. Ist ja auch was Besonderes. Und hier gibt es sogar richtig coole Gaudi-Tickets. Die sind riesengroß. Die sehen halt super cool aus. Auf jeden Fall echt nett, ne? Und im Hintergrund seht ihr schon Peter Bausch und seinen Top Spin eine Runde drehen. Zuletzt sind wir den ja in Regensburg gefahren. Das war gar nicht so lang her. Der Block hat Sarah da übrigens geschnitten, falls du das nicht wisst. Wir werden jetzt eine Runde mit Peter Bausch Topspin fahren. Aber dabei wird es nicht bleiben, denn hier steht gleich noch einer von den riesen Dingern. München hat zwei Topspins. Zähle ist auch mit dem Topspin Fresh hier. Gucken wir uns später an. Der hat den Premiumplatz direkt neben den Festzelten. Und wir werden jetzt erstmal eine Runde hier bei Bausch in den Topspin reingehen. Ach, wird das toll. Also woanders wäre der Block jetzt vorbei. Wir fangen jetzt erst richtig an. Es gibt übrigens dieses Jahr vier 80 Meter hohe Funtime-Türme. Zwei Freifall-Türme, zwei Starflyer. Einer steht da. Einer steht da. Einer steht da. Einer steht da. Und einer steht da hinten. Einer steht da hinten. Und остав den St incorruptor müssen. Einer steht da hinten. Einer steht da. Einer steht da hinten. Ok. Naja. Und Stopp ist jetzt mal ein Hals. Stopp wird Nummer 1 noch im Trockenen gefahren. Aber da hinten ist blauer Himmel. Schau mal, dreh dich mal nach rechts. Ja, wir freuen uns hier über jedes Stück blauen Himmel. Jedes Stück. Hallo. War geil, wie immer. Ja, Loopingmaschine halt voll gut. Vom Wasser war es ein bisschen zurückhaltender. War sehr gut. Er hat sich ein bisschen an das Klima angepasst. Da drüben steht übrigens auch Konga. Es ist relativ normal in München, dass es viele Sachen doppelt gibt. So ist es zum Beispiel auch bei den KMG XXL Schaukeln dieses Jahr. Konga ist nicht die einzige hier. Denn auch der XXL Höhenrausch ist mit dabei. Topspin ist auch doppelt dabei. Wilde Maus ist doppelt mit dabei. Hangover und Skyfall sind mit am Start. Guy Verntower und Bayern Tower sind mit am Start. Aber keine zwei Breaker mehr. Ne, die Breakdancer, das hat sich jetzt geändert. Denn Grünberg hat den eigenen Breakdancer gekauft. Es ist glaube ich nicht leicht mit zwei Betrieben auf der Wiesn zu stehen. Aus einer Familie. Dementsprechend nur ein Breakdancer. Keine Ahnung, ob die Regelung wirklich so ist. Aber ich meine da irgendwie sowas im Hintergrund zu haben. Die Zugspitzbahn fährt leider immer noch nicht. Es ist so eine coole Schlittenfahrt eigentlich. Die ist nämlich schon uralt und das ist einfach cool. Und jetzt rennen die der Endzeit rum. Versuchen die irgendwie, glaube ich, als Laufen zu kriegen. Direkt dahinter, beziehungsweise daneben oder sonst auch immer. Höhlblitz. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wolltet ihr den fahren jetzt, oder? Ja. Okay, den machen wir auch. Gut. Ja, so sind wir ja ganz hinten, aber es wäre extra wegen Höhlblitz hier vorgegangen. Ja, dann gehen wir mal eben hier Höhlblitz fahren. Ja. Ja. Ich hab keine Angst. Ja, ich hab keine Angst. Ja. Ja, ich hab keine Angst. Alter! Oh! Oh! Letzte Reihe Wäsche bei der Bahn. Juhu! Hinten ist Place to Be bei dieser Bahn. Bester Platz. Du bist jedes Mal in die Abfahrten gerissen. Das geilste ist halt wirklich der First Drop. Da wird man so richtig, richtig reingerissen. Sarah ist gefühlt unter dem Wasserfall hergefahren. Aber ich habe auch auf der rechten Seite noch voll viel Art gekriegt. Es war jetzt echt eine geile Fahrt. Boah, jetzt regnet es wieder hier. Da fängt es aber wieder blau. So ein Hin und Her den ganzen Tag. Brauchen wir mal das Beste. Ja. Ja, aber was München besonders macht, sind Münchner Attraktionen. Das ist nicht nur im Fahrgeschäftszentrum. Sondern ja, im Showbereich tatsächlich auch. Eine richtige Institution hier auf der Wiesn ist diese Attraktion. Auf geht's beim Schichtel. Eine Varieté-Show, die, ich habe mal gelesen, bis zu 900 Mal aufgeführt wird. Ich denke mal, dass das in Glanzzeiten war. Die haben wir aber ab und zu halt, um die Leute reinzuholen. So eine Parade, wo die dann eben rauskommen und sich alle vorstellen. Und wird alles voll cool moderiert. Und dann bildet sich halt hier auch immer voll die Menschentraube. Ähnlich wie man es bei uns vor diesen Boxshows da oben noch kennt. In Düsseldorf und Krange. Gut, wir gehen jetzt mal weiter. Wir werden jetzt auch mal hier hinten in die Zeltstraße abbiegen. Der Predator ist übrigens auch da. Olli weiß was, was keiner weiß. Außer Münchner. Was weiß ich denn? Achso. Dass das Bierzelt neu ist. Oder den scheißenden Engel. Den scheißenden Engel. Da geht es halt lang, wenn man muss. Und der ist halt auch schon alt. Der ist schon seit, keine Ahnung wie lange auf Oktoberfest. Da steht der da. Der Engel auf dem Platz, der zum Pott schießt. Ja. Und das Zelt ist neu. Jetzt sind wir auch schon weiter hinten auf dem Platz angekommen. Wir arbeiten uns jetzt mal langsam durch. Wir sind heute ein bisschen mehr durcheinander als sonst. Die sonstigen Jahre sind wir immer so von hinten nach vorne durch. Sodass wir die Ecke, wo wir jetzt sind, eigentlich immer nur im Dunkeln gesehen haben. Jetzt auch mal im Hellen. Wir haben halt morgen noch einen Tag. Praktische Sache. Das Schlimmste beim Oktoberfest im Regen sind die Schirme. Ja. Weil es sind Menschenmassen auf dem Platz. Und mittendrin fangen die an ihre Schirme aufzumachen. Geht gar nicht. Es gibt zwei Zirkus Zirkus auch auf dem Platz. Also wir haben noch eine Doppelung. Hier ist nämlich der andere Zirkus Zirkus. Der hat einfach eins zu eins den gleichen Schriftzug. Hat diese Kronen oben drauf. Diesen Löwen. Diese Clown. Das Ding ist Zirkus Zirkus. Das ist gar keine Wiesenspremiere. Hier ist übrigens der Paulaner Garten. Die Wiesenzelte sind alle voll. Aber das ist jetzt am Eröffnungstag auch nichts Weltbewegendes. Hier gibt's Pepsi. Das ist aber nicht Paulaner Spezi. Paulaner Spezi. Achso, ja der ist schon gut. Aber wir haben bei uns Teilen eine Flötzinger Spezi. Der ist der one and only. Die haben sogar heuer, Flötzinger Brauerei hat heuer eine Deutschlandtour gemacht. Da waren die sogar in Düsseldorf und haben eine Flötzinger Spezi verteilt. Also wenn ihr irgendwo mal eine Flötzinger Spezi sieht in irgendeinem Einkaufsladen, holt euch den. Das ist der Beste der Welt. Noch besser als Paulaner. Kannst du das mal buchstabieren? Flötzinger. Du brauchst nur Flötzinger Brauerei Rosenheim mal eingeben. Wie schreibst du das denn jetzt? Mit V, mit P, mit F? Mit F und mit Ö. Witz einer. Mit Ö und F, Alter. Der beste Spezi, ohne Scheiß. Skyfall hat sich auch einen gemacht. Es steht sogar drauf, dass die letzten beiden Jahre ausgefallen sind. Sehr schöner Schritt. Wir fahren jetzt eine Runde Skyfall, falls es noch nie angekommen ist. Schaut mal. Schaut mal. Schaut mal. Alles blau. Ja, ich hoffe das bleibt ein bisschen so. Aber jetzt gucken wir uns gleich mal die Wiesen von oben an. Oh, das sieht geil. Mit einem blauen Himmel. Wir haben da hinten ein Hangover auch noch. Da ist ein Starflyer, da ist ein Starflyer. Und zum Topspin erzähle ich euch gleich noch was. Das ist eigentlich ein bisschen weird. Der Hangover ist gerade von der Hälfte gefahren. Das ist aber jetzt relativ lange schönes Wetter, oder? Das ist jetzt richtig sehr da hinten. Guck mal, das Riesenrad ist an. Das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Wir haben jetzt hier den großen Topspin von Zehle auch ganz selten überhaupt noch aufgebaut. Und auch der aktuelle Verkaufsanzeige, dass er verkauft werden soll. Der steht jetzt hier wirklich auf dem Premium-Platt. Generell besteht jetzt zwischen den Zelten überall. Normal stehen Fahrgeschäfte und Zelte relativ getrennt voneinander. Aber es gibt eben auch hier so eine Ecke, wo sich das so ein bisschen vermischt. Da das Topspin natürlich auch den ordentlich besseren Standplatz hat und viel mehr Kundschaft hat, kann er auch ein bisschen mehr Geld nehmen. Nimmt statt 6 Euro wie bei Bausch 7 Euro. Und die Fahrtzeit ist auch noch Minute kürzer als bei Bausch drüben. Und die Fahrt war auch nicht ganz so ansprechend dran für mich. Ja, also ist halt irgendwie ein bisschen schade drum. Aber es ist halt auch schade drum, dass es vermutlich auch wieder einer der letzten Plätze sein wird, wo wir den erleben können. Ich vermute, deswegen werde ich da gleich nochmal einsteigen. Und sonst aber echt cool. Da wo es bei Bausch gerade losging, war hier die Fahrt irgendwie schon zu Ende. Knappe drei Minuten Gefahr, bei Bausch war es eine Minute mehr. Dafür auch einen Euro weniger. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Fahrt nicht gut war. Die war ja völlig in Ordnung, aber sie war halt kürzer und teurer. Und für mich lohnt es sich einfach bei dem anderen Topspin mehr. Ja. So, jetzt habe ich Hunger. Sarah auch. Ich auch. Ich habe immer Hunger. Er hat zwar immer noch eine Wurst gerade erst vernichtet. Aber ja, wir gucken mal, da hinten gab es Schnitzelbrötchen. Und die werden wir jetzt mal raussuchen und schnabulieren. Also meine ist schon fertig. Ich kriege meine. Wann kommt denn eigentlich der Regenbogen? Mir wäre die Sonne lieber als der Regenbogen. Ja. 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 Das ist der Place to be. Mit Livemusik. Ich hol schon mal das Geld raus. Wechseln wir auch, hab keinen Kleinen mehr. Los geht's. Guck mal die Technik, Alter. Boah, das war hier. Zustell. Der Wagen ist besessen. Ist wie der Zünftige Fahrtwert ist, jawohl. Wer Angst hat, der wollte sie bei seinem Nachbarn weg. Er ist ja voll im Game, Alter. Pult auf zu euren Vergnügen. Die Fächer Street Plaster bei der Münchstatt-Dose. Die Original-Mindolive Lafusik. Mega. Servus. Dankeschön. Dankeschön. Viel Spaß noch. Dankeschön. Mega. Da ist ja fast schon im Technopower Live-DJ. Ja, Mann. Oh, ho, ho. Sportan, die Ideen sind immer die besten. So ist das eigentlich ein Riesenkabel. Also wenn es heute geht, dann geht es jetzt. Da muss es reinsteigen. Das ist halt ein Kult. Wir fahren einfach so bald. Super cool, uraltes Gerät und von der Technik auch total cool. Weil das da in der Mitte durch so Exzenter angetrieben wird, dass es anfängt zu schaukeln. Auch richtig ordentlich. Und beim Bremsen fahren dann am Ende einfach solche Walzen nach oben, die das da alles festhalten. Und Livemusik gibt es. Und das allerwitzigste, ihr kauft nicht vorher irgendwelche Fahrchips oder sowas. Sondern ihr zahlt quasi einfach während der Fahrt. Die fahren los, dann gehen die rum und dann zahlst du quasi. Ja. Frag mich halt, was passiert, wenn du nicht zahlen kannst. Du wärst dann gerade gebackt und dann wärst du raus da geschmissen. Subos müssen hier Alpenstangerl halten. Alpenstangerl. Ja, hier haben wir das große Riesenrad von Willenburg. Wird komplett eingerannt. Was nehmen die? Zehner? Zehn Euro. Heieiei. Das ist Wahnsinn. Du gehst doch mal mit der vierköpfigen Familiehilfe. Das ist 40 Euro los. Damit kann ich einmal in Phantasialaden. Das gibt, glaube ich, den Kinderpreis. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Heieieiei. Schon heftig. Aber es ist halt auch vom Aufwand, glaube ich, mit das heftigste Riesenrad. Also, ihr müsst euch das mal von der Seite an. Ich zeig euch das mal. Bei dem Willenburgrad sieht man das richtig gut. Es gibt nicht einen Mittelbauwagen. Es gibt nicht zwei Mittelbauwagen. Es gibt ungefähr eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Mittelbauwagen oder so. Alter! Es ist schon krass. Bei mir betrachtet das gelbe Willenburg-Riesenrad, was in Rosenheim auch immer steht. Es ist halt nicht so zeitaufwendig. Und es ist auch noch fünf Meter höher, glaube ich. Es ist, glaube ich, nur fünf. Hey, das ist das Höchste. Meinst du? Da gucken wir doch mal. Wir haben natürlich auch dieses Jahr wieder die Eude-Wiesel am Start. So natürlich ist es zwar nicht. Aber da ist sie. Ist ein extra begrenzter Bereich mit Nostalgie-Fahrgeschäften. Die Stallbahnshow ist dieses Jahr nicht mehr dabei. Es gibt zwar noch eine hier auf dem normalen Wiesengelände. Da ist hier Chaca Pereira am Start. Wer das sehen möchte, der guckt einfach mal bei uns in den Stuttgart-Vlog von diesem Jahr. Ich habe da zwar nicht viel eingeblendet. Wenn ihr es sehen wollt, dann schaut einfach am besten selber mal rein. Sehr coole Sache. Da drüben steht aber noch ein Mac-Kalypso drin. Wirklich richtig geiles Ding. Allein dafür lohnt es sich schon. Soweit ich es richtig in Erinnerung habe, zahlt irgendwie ein oder zwei Euro Eintritt für die Eude-Wiesel. Und da drinnen kosten die Fahrgeschäfte auch nur einen Euro, glaube ich. So, jetzt geht es aber ab hier. 50 Meter. Das andere hat 55. Ja, ja. Aber warum ist denn das dann viel fetter hier? Ey, wie sinnfrei ist das? Da habe ich hier so einen fetten Koloss. Die hatten immer ein kleines, ein mittleres und ein großes. Das war für mich immer das große. Mit der Gewinner. Wir haben extra nachgeguckt. Tatsache, dieses fette, fette Oktoberfestrad, was viel mehr Transporte als alles hat, ist fünf Meter kleiner als das gelbe, mittlere Rad von denen quasi. Ich finde es halt auch krass. Deswegen weiß ich das, weil ich es irgendwo mal gelesen habe. Und seitdem ist es immer ein Kopf drin. Das kann es ja auch nicht fassen, weil es ist auf einer Masse viel mehr größer. Es sind halt nur fünf Meter. Aber das gelbe ist halt schon moderne Technik und fünf Meter Höhe. Ja. Das sind aber beides, glaube ich, Gerstlauerräder. Ja. Und das dritte, das sie jetzt neu bekommen haben, ist auch ein Gerstlauerrad. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Volksfestgeruch. Ich liebe es. Wer nimmt es nicht, der diesen Blog schaut, der liebt, glaube ich, Mandelgeruch und alles andere an Gerüchen. Ich muss jetzt hier nochmal klären, wer recht hat, wer nicht. Sarah sagt, diese Figur war schon immer da. Wir sagen, diese Figur war nicht immer da. Das haben wir gleich. Und ganz ehrlich, schreibt es in die Kommentare, ich kenne die nicht. Herbstfest Rosenheim. Das ist übrigens ein geiles Video. Ja, schon. Sie bist geil. Hier. Da ist keine Figur. Aber ich kenne diese Figur. Die gibt es immer nur in München wahrscheinlich. Ja. Da. 2008. Alter. Mit einer Fahne sogar. Die bauen das nur in München auf. Die Figur ist nicht neu. 2018. Auch der Riesen. Kennt ihr eigentlich schon den Geisterpalast? Hält auch nur München, glaube ich. Wurde mal einmal zur Odyssee umgestaltet. Das war ganz weird, das Ding. Da waren so Live-Leute drin, aber keine Erschrecker. Sondern die haben da live verformt als Meerjungfrau und solche Sachen. Dann wurde sie nochmal umgebaut. Jetzt ist es der Geisterpalast. Interessantes Ding. Riesending. So, jetzt Abarth hier, Parkour. Und die letzte Achterbahn, die ich noch nicht genannt habe. Die bei uns jetzt die zweite Achterbahn sein wird. Ulle Pierre Luping ist da. Wir werden jetzt als allererstes, glaube ich, Parkour fahren, oder? Ja. Wo steht der? Hier. Ah, da. Leute. Alle wollen sie Parkour fahren. Das war der Römer. Da haben wir nochmal. Jetzt geht noch bitte. Annette. Die Finger an die Heidelinger. Händchen an die Heidelinger. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh. 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 Woieder ausodiend. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sarah, das war somit die heftigste Parcoursfahrt, die wir hier hatten. Das war richtig krass. Wir haben uns so oft heftig gedreht. Das ist doch richtig geil. Also auch so von der Reko her ist es gerade jetzt rot. Richtig Stimmung. Die Leute wollen das Ding fahren. Kasse ist immer voll. Ach, feierlich. Und direkt gegenüber vom Olympia-Looping. Geil, er ist wieder da. Nachdem er ein halbes Jahr jetzt wieder in Wien im Prada stand, wird er jetzt hier in München wieder eingerannt. Und das Schöne ist, man hat direkt noch zwei Wagen an jedem Zug herangehangen. Und jetzt haben wir siebengliedrige Züge statt fünfgliedrige. Macht schon Unterschiede aus. Merkt man. Ich freue mich. Olympia-Looping ist halt schon irgendwie immer was Besonderes nochmal. Man muss aber gleich mal eben hier nochmal mit dem Handy ziehen. Ihr hättet ja mal jetzt in die Kommentare schreiben können, was der Olympia-Looping nimmt. Ich habe geschätzt 10 Euro. Sarah hat geschätzt? 12 Euro. Und Sarah hat recht. 12 Euro Olympia-Looping. In London sind wir ihn schon gefahren. Da hat er umgerechnet auch 12 Euro genommen. Es war ein bisschen weniger. 11,80 Euro oder so. Trotzdem voll die Bude. Und natürlich die größte Attraktion, die das Oktoberfest dieses Jahr zu bieten hat. Und șt chamnasium. Untertitelung in den nur noch未 date Analytics. Oder noch die Bühne? Oder noch das Dat concluderste Assosu? Absolut. Take conservation, das Volk. Deswegen matte 파�gel�� tôi noch drei Euro. Und jetzt glaube ich doch alle Karten zu bekommen. Der Blick ist vorbei, das ist ein Problem, dass du das nicht tätig bist. Jawoll! Alter, schiebt das Ding da rein. Die Verkaufschege�ze Einer, schiebt das Ding da rein. Die Verkaufschegele und diese Verkaufschegele sind die Verkaufschegele und die Verkaufschegele mit der Verkaufschegele So eine geile Achterbahn einfach. Auf dieser kleinen Fläche so viel Strecke, so viel G-Kräfte, 12 Euro, aber wie willst du es anders großartig machen? Und in München kannst du es halt machen, der Wartepräche ist voll. Also die fahren jetzt mit drei Zügen, die könnten auch mit vier fahren, wahrscheinlich auch mit fünf und das Ding wäre noch voll. Guck dir mal bitte die Schlange an. Aber der Blick über den Platz war schon mega. Ja, mega super. Ich hatte ja ein bisschen Wecker-Renn-Ausblick. Wir haben erst mal den Lift hin zerstört. Irgendwie gerade der Lift stehen geblieben. Von jetzt auf gleich, aber bist ja nach zwei Minuten wieder weitergefahren. Dann lass mal hier den Olympia-Looping seine Runden drehen, solange es noch kann. Da bin ich froh einfach, dass man solche fette Afterbahn hier noch fahren kann. Und ihr kennt sicherlich auch das Pendant zum Olympia-Looping. Die Alpina-Bahn, die hat nämlich keine Loopings. Die muss man auch noch fahren. Wir stehen jetzt hier vor Konrads Tobogahn. Stamm hier in München und auch so eine typische Münchner Attraktion wie beim Schichtel drüben. Steht auch immer an der gleichen Stelle, genau wie der Schichtel und auch das Teufelsrad, wo wir gleich auch mal hingehen werden. Super cool. Es hat eine riesige Rutsche aus Holz, wie ihr seht. Und hoch geht's mit einem Förderband. Und das ist halt der Publikumsmagnet schlechthin. Funfreude ist hier in München der Knaller schlechthin. Viele machen halt den Fehler auf dem Ding, dass sie sich festhalten am Geländer. Dadurch bleiben sie mit den Händen am Geländer hängen und der Rest fährt nach oben. Das läuft halt meist dann nicht so gut. Wir haben halt überlegt, das zu machen, aber von zu fünf Euro vielleicht auch ein bisschen zu happig. Da fahren wir lieber noch eine runde Parcours für den gleichen Preis. Ist aber schon eine coole Attraktion. Es gab ja auch von Fischer die Tobogahn damals, die ja auch immer in Düsseldorf standen. Leider ist die auch nicht mehr unterwegs. Hier könnt ihr das Ganze noch erleben und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre erstmal noch so bleiben. Wirklich nur in München erlebt war das Ganze hier und echt cool. Wirklich nur in München heute gehört. Wirklich nur in München. Wirklich nur in München. Sehr gut. Das war's für heute. Das Teufelsrad, eine weitere Münchner Attraktion, die auch nur in München aufgebaut wird. Allein wie es hier vorne schon aussieht, dieses alte Design. Ich bin ja normal nicht der Fan davon. Wenn da so eine normale, weiß ich nicht, Raupenbahn steht, das kennt man halt alles. Aber sowas ist doch voll schön. Und ja, Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro. Kinder gehen für einen Euro mit rein oder können auch alleine rein, wie sie wollen. Da links eine Tribüne, da rechts eine Tribüne. Hinten sitzt noch ein Rekommandeur drin. Und in der Mitte ein großes Rad, auf dem ganz viele Leute sitzen und hoffen, nicht runtergeschleudert zu werden. Das einfachste Prinzip der Welt, wahrscheinlich auch die Gelddruckerei hier auf der Münchner Wiesen, gehört aber einfach mit dazu. Wir sind hier im Teufelsrad. Jetzt sind die Mädels von 15 bis 21 dran. Das ist so krank. Wenn jetzt gleich danach wieder die Boys von 16 bis 30 kommen oder so, das ist wie Schlägerei auf dem Ding. Also, wir gucken mal, ob ihr das gleich nochmal seht. Das müsste ja gleich nochmal kommen, hier nach wahrscheinlich. Alter, das ist, das willst du nicht machen. Das ist so ein Haufen voller Dummer, der da auf dem Rad liegt. Einmal so ein Berg. Ja, ist so wahnsinnig. Bei den Damen geht es ja immer noch, die sind ja noch ein bisschen lieb zueinander, aber bei den Herren, da gibt es echt keine Haufen mehr. Ja, ist so wahnsinnig. Das ist die Schlangenfrau in der Münchnerin, die ist witzig. Ja, was. Das Teufelsrad ist irgendwie immer cool. Geht mal rein. Ihr müsst ja nicht unbedingt mitmachen, aber das Angucken ist schon ganz witzig. Wir waren jetzt auch bestimmt über eine halbe Stunde da drin. Ihr könnt halt so lange bleiben, wie ihr wollt, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr dann irgendwann vielleicht auch noch Lust schmeckt, dann stürzt euch mit rein. Aber ich glaube, als Damen habt es ein bisschen einfacher. Also, wir haben erst überlegt, aber als die da in unserer Alltagsgruppe so drauf gestürmt sind. Sorry, aber ich wollte halt nicht irgendwie mit einem gebrochenen Bein hier rausgehen oder so. Es ist echt krank, wie die sich da runterkebbeln. Definitiv ein weiteres Highlight und noch gar nicht wieder lang auf Reise. Denn jetzt vor München erst einen Platz gehabt, war davor bei Zira zu einem aufwendigen Umbau. Alle Gondeln wurden neu gemacht. Sieht man auch optisch. Eine Berg- und Talbahn, die eben von Zira gebaut wurde. Wenn man kein Dach hat, wie ein klassischer Musik-Express oder sowas. Er erinnert so ein ganz kleines bisschen an eine Bayern-Kurve. Ist aber kein. Hier sitzen wir nämlich nebeneinander, wie ihr seht. Und es ist ein Endloszug, mehr oder weniger. Es gibt zwar einen Anfang da vorne, aber bei der Bayern-Kurve ist es ja ein bisschen anders. Da ist es ja ein Bezug, der wirklich immer so eine große Lücke hat und eben auch durch Reibräder angetrieben wird. Der hier hat, glaube ich, im Zug Motoren, wenn ich mich nicht irre. Wenn du dich jetzt umdrehst, siehst du, was wir ab 19 Uhr gleich hier für ein geiles Wetter haben. Geiles Wetter. Ab 19 Uhr soll es richtig gut werden. Das erfreut mich. Ich glaube, mit dem Regen haben wir dann jetzt abgeschlossen. Ja, bestimmt auch. Ja, und wir fahren jetzt hier mal ne Runde rund um den Tegernsee herum. Ja. So, was jetzt versprinzipor in der Unzucht ist. Oh, wie neu die Schiene auch an der Runde. Ah! So, alle Seine, meine Freunde, kommen in die Kontaktschule. Jetzt wird's gemütlich. Jetzt geht's wieder mal ne Runde auf der Tegernsee. Juhu! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es sieht halt einfach so viel besser aus, als einfach so ein Musiker Express, wenn du auf jedem Platz fließt. Es ist einfach nur geil. Ein wahnsinnig schönes Geschäft. Ja. Es ist zwar nicht das Temporeichste. V3 haben wir, meiner Meinung nach, ein bisschen schneller, glaube ich. Aber ich glaube, Claudio ist noch genau so. Ihr seht halt hier die neuen Gondeln. Wurde sich auch richtig drum gekümmert jetzt noch mal. Ich hoffe, dass das Ding noch ein bisschen bleibt. Und vielleicht auch mal ein bisschen kleinere, berlinerische Plätze hält oder so. Würde ich gerne wiedersehen. Hab den damals auch mal in Ulm gesehen, in einem richtig guten Wetter. Aber richtig gut. Auch so ein Geschäft, keine Ahnung, könnte ich mich immer wieder reinsetzen. Einfach nur schön. Was haben wir denn hier alles noch? Wir haben hier noch den Jules Verne Tower stehen. Da hinten dreht der Flipfly und der Modlift kleine Runden. Voodoo Jumper ist für uns jetzt nicht unbedingt das Highlight. Kennen wir aus NRW. Sind wir letzte Woche erst in Bonn gefahren. Kostet hier 7 Euro. Alter, Alter. Da hab ich echt ein bisschen gestaunt. Der Zirkus Zirkus nimmt 5. Skater fährt für 6 sogar. Und der Voodoo haut hier für 7 raus. Das ist schon eine Nummer. Da muss man sich das auch zweimal überlegen. Die Schlange ist jetzt auch nicht so groß. Aber ich glaub, der steht an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal. Ja, steht da. Der stand damals auch hier. Damals, meine ich, wurde der eingerannt bis sonst irgendwas. Also ich war einmal da, da war schon viel los, ja. Aber wie es die Tage davor war, keine Ahnung. Ja gut, wir gehen jetzt mal weiter. Der Skater steht zum Beispiel noch auf dem Plan. Und Hangover müssen wir auch noch fahren. Schon geil. Und der Skater in Düsseldorf hat uns sowas von überzeugt und der Olli hatte in Düsseldorf einfach kein Bock. Das bereut er jetzt schon, deswegen fahren wir jetzt eine Runde in München. Wir schauen ja hundertmal ein Video aus Düsseldorf an, weil es so eine geile Fahrt ist. Deswegen jetzt Rainer. Rainer. Und im besten Fall rechts anstellen. Das ist nämlich genau diesmal andersrum wie in Düsseldorf. Hier rechts ist keine Schlange, links schon. Jawoll! Wow! 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 Oh Gott! Oh Gott, Alter, Alter. Was eine kranke Fahrt. Das ganze On-Ride müsst ihr euch aber bei Sarah angucken. Ich habe leider die Spracherkennung bei der GoPro sich deaktiviert. Und ich habe... ...Pau... ...See... ...gesagt. Ich muss es langsam sagen, weil sonst erkennt die GoPro das. Und dann hört die nämlich auf. Dann nimmt die nicht auf. Und der Reko hat das gesagt. Und dann war auf einmal Ende bei der Kamera. Ach so ein Kack. Ich muss das unbedingt ausmachen. Es gehört schon auch zu den krassesten Geschäften in Deutschland. Es ist einfach so. 6 Euro ist auch noch ein völlig schwerer Preis. Hat der in Düsseldorf auch genommen. Ja, hier drüben haben wir noch Dr. Archibald. Der hat dieses Jahr einen besonders beschäftigten Standplatz geschaffen. Steht sehr ab vom Schuss hier in so einem Gang. Hier stand letztes Mal die Wildwasserbahn. Die lief komischerweise sehr gut hier. Weil es halt auch voll warm war. Rio Rapidos dieses Jahr. Zumindest heute, wo es richtig kalt ist. Da hinten keine Chance. Wir haben wirklich gerade nur noch so zwischen 6 und 8 Grad. Es ist wirklich kalt geworden. Aber guck mal. Hier ist es tot. Also wirklich tot. Ich bin jetzt mal kurz gespannt, was er nimmt. Ich schätze mindestens 10 Euro. Schauen wir mal. 12 Euro finde ich viel zu viel. Ist zu viel. 12 Euro. Ja komm. Ja komm. Ist doch klar. Da ist ja gar keiner. 2 Personen 20 Euro. Der Olympia Lupin nimmt auch 12 Euro. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das ist zu viel. Aber hier ist ja gar keiner. Die paar kommen. Die gehen wieder. Schaut mal Leute. Der XXL Racer macht eine Testfahrt. Aber ich kann ja auch da machen. Ja. Zugspitzbahn. Die ist durch Stockton. Schade. Zugspitzbahn hast du. Ja ja. Der wird dann wahrscheinlich gleich erstmal richtig eingerannt. Ja. Vielleicht macht er deswegen jetzt das auf. Wir machen jetzt aber in der Zeit was anderes. Weil Starflyer fahren ja langweilig ist. Fahren wir halt einfach noch einen zweiten Freifallturm. Nachdem wir eben schon Skyfall gefahren sind. Geht es jetzt ab mit Hack over the Tower. Erstmalig hier in München. War ja sonst nur mit dem Power Tower und der Heidi hier. Jetzt Hang over hier in München auch zu vertreten. Fühl dich. Punky und los. Ihr habt den Hang over. Oh 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 oh. Back to the base. Jetzt geschafft ich dann doch nicht. Die Bügel öffnen sich dann automatisch. Vorne geht's los. Naaaa. Pass auf dass nicht eine Taube landet auf der Kamera. Die fangen gern die Prinse voll. Jetzt geht's los. Sie sind immer gleich. Wie nah bei uns? ç Was in Nürnberg noch fehlte, hat in München jetzt aufgebaut, mit Live-DJ und auch Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, geil. Einfach nur geil. Techno Power ist am Start. Das ist nicht Jetlag, das Ding ist einfach größer, hat einen Rundlauf, ist schräg aufgesetzt und hat einfach eine geile Stimmung. Ich zeige euch das. Hier ist ein Live-DJ, der auflegt. Da liegt ein DJ auf, super cool und es wird einfach Stimmung gemacht hier. Wir werden jetzt mal eine Runde mitfahren und dann gibt es ein kleines Resümee. Ja, endlich wieder Techno Power. Ich muss mich auch gar nicht mal eine Arme irgendwo durchmachen. Wo ist das denn? Arme frei. Hier muss ich mal abrufen. Es geht nach oben. Geil oder geil? Nein. Einfach Stimmung am Start. Check in, baby. Check in. Rock'n'roll, Sarah. Rock'n'roll. Bei der Hexenschaukel. Heller, heller Pfeiler. Es gibt übrigens auch zweimal hier auf dem Platz. Einmal auf der Eudenwiesen und einmal hier. Die gehen ja voll ab hier. Allein der Kassierer da. Der gleichzeitige Greco und Dieter. Achso, Hexenschaukel haben wir noch gar nicht erklärt, ne? Kein Überschlag, bei mir ist was. Die Hexenschaukel ist die Urform des Mad-Hauses, wie man es zum Beispiel aus dem Phantasialand kennt. Den Feng Shui Palace oder aus Äfteling, die Villa Volta. Sowas ist das, aber ganz rudimentär, in alt und einfach noch Kult. Am besten finde ich den Finger in der Kasse, der die ganze Zeit Klo macht. Sicher da. Und alle gehen da ab. Hi. Ah, geil. Schade drum. Die Bahn mit dem Riesenschriftzug leider immer noch geschlossen. Scheint größere Probleme zu haben. Ah, schade. Das ist so eine Attraktion, die wäre ich gerne gefahren, weil es halt auch wieder nur München ist, ne? Ob er weiß, wie lange noch. Ja. Vor allem jetzt so krasse Täler, dann diese geilen Chasen. Naja. So, jetzt kommen die ersten Krankenwagen. Wir haben langsam die Zeiten erreicht, wo es dann hier auch zu viel Alkohol ist. Und jetzt gehen wir hier mal noch eine Runde. Oder willst du hier noch so einen Rahmflecken haben? Wir haben uns jetzt hier an so einer Bude Rahmflecken oder so geholt, heißen die, glaube ich. Sechs Euro das Stück. Ja. Was hast du für eine Sorte? Äh, Sauerrahm, Speck und Lauchzwiebeln. Wir haben Sauerrahm, Speck und Lauchzwiebeln und Kartoffeln. Ja, die deutschen Kartoffelfreaks. Und ein Eisdienst. Wir haben insgesamt zehn Euro für Eisdienst und Fleck bezahlt. Hier ist noch ein Euro Pfand. Richtig. Immer an der Bude, wo ihr geholt habt, müsst ihr die abgeben. Ein Euro Pfand zurück. Das machen die ganz bewusst. Ja. Weil die meisten den Pfand nicht zurückbringen. Richtig. Dann schnabulieren wir das mal eben. Und dann sind wir hier größtenteils für heute. Zumindest fahrtechnisch, glaube ich, auch durch. Wir werden gleich nochmal in den Olympia-Looping steigen. Und ja, aber sonst haben wir eigentlich alles gemacht, was wir fahren wollen. Bis auf die Alpina-Bahn noch. Die werden wir aber morgen mitnehmen. Wir sind ja morgen nochmal hier. Und jetzt essen wir erstmal gemütlich. Stolzieren noch ein bisschen über den Platz. Und wenn es noch was zu sehen gibt, dann melden wir uns bei euch. Schaut mal, da ist so eine kleine Hütte. Und da ist einfach ein Wickelraum drin. Kannst du dir wahrscheinlich hier den Schlüssel abholen. Und dein Kind wieder fit machen. Das ist der Conga-Wickelraum. Ihr könnt die Schlüssel bei Conga abholen. Conga-Wickelraum. Der ist einfach von Conga. Dann kannst du deine Elfchen entwickeln. Conga und XXL-Apris-Ski. Ne, wie heißt das Ding? XXL-Höhenrausch. Ne, übrigens beide 8 Euro. Ne, übrigens beide 8 Euro. Wir fahren hier. Huludabba kostet es 7 Euro. Das finde ich schon recht hart. Aber es gibt ein Sonderangebot. 4 Chips, 26 Euro. Wuhu! Party! Jawoll! Juhu! Alter, war das geil! Sag mal hier so, bester Rekommandeur EU-West. Hier ist die Stimmung am Scooter in München. Ihr seht, er hat noch nicht geschlossen, auch wenn man es meinen könnte. Strom sparen muss auch in München sein. Es hat jetzt noch mal mächtig angefangen zu regnen. Damit ist die Stimmung hier in München raus, so gegen halb elf. Wir sind morgen noch mal hier, Olli nicht. Aber wir werden hier morgen noch ein paar Off-Rides drehen. Hoffen, dass der Regen zumindest ausgleibt, obwohl auch für morgen wieder ein bisschen Regen angesagt ist. Wir werden dann noch die Runde Alpina-Bahn drehen. Vielleicht eine Runde Kalypso auf der Eudenwiesen fahren. Da noch mal drüber gucken, aber sonst habt ihr eigentlich alles Wichtige gesehen. Und da können wir nur noch sagen, beziehungsweise der Olli nur noch sagen. Tschüss, bis morgen. Da sind wir wieder. Tachel und wieder Getöse vom Festumzug hier am heutigen Sonntag. Sonntag in München. Jetzt hier am Eingang, wo man vom Goetheplatz-Uberstation rauskommt. Da hinten steht auch wieder die Tobogarn. Und ihr seht ein langer, langer Umzug, der wahrscheinlich auch noch eine Weile gehen wird. Oder schon eine Weile geht. Ja, beides wahrscheinlich. Jetzt müssen wir hier so eine kleine Umleitung zum Platz laufen, weil die hier halt genau auf den Platz gehen an dieser Stelle. Wir werden jetzt gleich wieder auf das Gelände gehen. So ein paar kleine Sachen haben wir noch offen. Das Wetter hat sich zu gestern eigentlich kein Stück verbessert. Wir würden sogar eher sagen verschlechtert. Also ich finde es heute gefühlt noch kälter, obwohl wir jetzt wärmer angezogen sind. Ich denke mal so drei, vier Stunden bleiben wir hier, aber länger dann auch nicht. Dann gehen wir jetzt mal da hinten durch die Taschenkontrolle und sind dann auf dem Platz. Wichtig für euch, falls ihr vorhabt, die Wiesen noch zu besuchen. Rucksäcke, beziehungsweise alle Taschen, die größer sind als drei Liter fassend, dürfen nicht mitgenommen werden hier auf das Gelände. Jedenfalls müsst ihr da ein bisschen drauf achten, weil sonst müsst ihr die hier am Eingang wegsperren. Ja, wenn man früh dran ist, dann kriegt man auch noch Platz für den Festzelt. Wir hatten gerade ein bisschen Hunger. Dementsprechend haben wir uns zu essen gegönnt. Käsespätzle und Kaiserschmarrn und ja, guten, ne? Der Wiesenstart ist einfach verregnet. Gestern war ja schon regnerisch, aber heute hat es noch nicht einmal aufgehört. Es ist wirklich am durchregnen die ganze Zeit. Sieht auch irgendwie nicht nach Wässerung aus. Sehr schade irgendwie drum. Es ist auch nichts los hier auf dem Gelände. Es ist wirklich gar keine Stimmung da. Selbst in der Zeltstraße drüben, da sind kaum Leute. Also es ist schon echt schade. Ich denke mal, mit drückendem Wetter, da wäre hier wirklich richtig was. 9 Euro nimmt die Alpina Bahn. Ist eigentlich vertretbar, finde ich. Ist jetzt der gleiche Preis wie der Höllenblitz. Kann man aber ruhig mal machen. Aber auch der steht hier so am Rande vom Nirgendwo. Aber hier stand auch damals mal der Olympia-Looping. Der lief richtig gut damals. Zwei-Zug-Betrieb an der Alpina Bahn und wir werden jetzt gleich mal eine Runde fahren. R杠 wir haben es ja gestern schon angekündigt wir wollen auf jeden fall noch kurz auf die eude wiesen dafür gibt es einen extra separierten bereich für den man noch mal eintritt zahlen muss und auch dort gibt es mehrere fahrgeschäfte ältere reihengeschäfte oder auch ein spezielles festzelt und wir werden jetzt für vier euro mal den eintritt hier bezahlen und dann die attraktion drin die kosten halt ein bisschen weniger ich glaube irgendwie in euro oder so man kriegt dann hier so ein bändchen und ich meine mit dem bändchen kann man auch wenn man jetzt noch mal raus geht quasi später wieder reinkommen ein euro tosten die sachen immer noch hexen wippen war sogar relativ lang bis vor gar nicht allzu langer zeit sogar noch auf den richtigen plätzen unterwegs zuletzt gesehen habe ich glaube ich in werne ist auf jeden fall die schönere variante als die die drüben steht sind wir vorhin schon her wie gesagt so eine version eines mädhauses so die anfangs version völlig bescheuert mir wird immer schlecht in den dingen hier deswegen lasst du das heute mal weg es gibt aber glaube ich auf dem kanal ein onride das blende ich euch mal ein wenn das nicht da ist dann blende ich euch den vlog vom letzten mal ein da waren wir da drin war voll witzig ich war mit ben da drin oder so damit ollie ich war nicht ganz alleine da drin ich war auf jeden fall mit ben draußen dann haben wir hier auf der ecke wo sonst immer die steilwandschau stand stand der ganze meyer mit seiner steilwandschau ich denke mal der ist jetzt auch nicht mehr on tour war eine richtig geile show gerade weil es nur einen euro kostet hat aber das größte fahrgeschäft der eudenwiesen der calypso von winheim hat sogar noch eine facebook seite ich glaube aber es ist auch mit der einzige platz jetzt kann sein dass der noch irgendwas anderes hält aber es ist so geil einfach so ein altes mac chaos hell da ist so ein bisschen der vorläufer von breakdancer ohne diese dritte drehung super cool auf jeden fall holz alles noch wie die ganze platte hier außen jetzt nicht aber die platte alles komplett aus holz und fahrpreis auf der eudenwiesen ein euro also ob uns mein ticket fahre eine mit das jetzt zusammenziehen seite quasi fünf euro für die fahrt hier und dieses auf allemal wert das ist immer noch eins der günstigste geschiffte ja auf jeden fall dann geben wir noch eine runde dahinten steht glaube ich noch eine fahrt ins paradies auch aber generell ist die eudenwiesen ein bisschen kleiner geworden würde ich sagen für einen euro könnt ihr den ganzen tag verbringen während du da hinten hunderte euro für irgendwelche modernen fur rides ausgibst könnt sie hier für hunderte den ganzen tag drinsetzen das ist schon cool das bringt karussell erwartet sie auf instagram könnt ihr diese besucher quasi live verfolgen da sind wir immer relativ up to date in unseren stories und so weiter live videos jetzt gerade habe ich schon reaktionen auf den kalypso gekriegt dass leute schreiben ob das ein breakdance auf wish bestellt ist leute bevor ihr solche kommentare schreibt guckt doch lieber ganz kurz mal eben im internet nach das ding existiert schon da gab es noch keinen wish und auch noch keinen breakdance also 1960 ja völlig bescheuert sorry es ist einfach geil gehörte mal fett auf eine kirmes überhaupt so ein großes altes fahrgeschäft noch hier aufgebaut zu sehen und fahren zu können ist schon der hammer so Die Fahrt des Paradies. Auf 1 Euro. Hier steht nicht nur ein Zelt, hier steht aber noch ein paar Zelte auf der Odenwiese. Hier ist noch eine historische Kegelbahn. Das muss ich mir auch mal angucken. Guck mal die Technik, Sarah! Die Technik! Alter, aber Alter! So holen die sich die Krugel. Super cool! Weißt du was das kostet? 3 Würfel, 2,50€ glaube ich. Das Ding ist voll mechanisch über diese Seite hier oben. Man kann die Kugel wieder zurückholen und die Kegel alle aufstellen. Auf, auf! 1. 2. 3 5 der xxl race hat wieder komplett eingerannt 10 euro nimmt er wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe gestern ist er leider den ganzen tag gar nicht gefahren bzw nur in den letzten stunden und jetzt komplett voll der wartebereich unglaublich wir sind jetzt damit aber auch durch und werden dieses fest verlassen wir waren jetzt auch gute vier fast fünf stunden wahrscheinlich fast wieder hier hat jetzt gerade noch mal aufgehört zu regnen es wird jetzt auch wieder merklich voller auf dem platz es war halt ein erstes wiesenwochenende was relativ ins wasser gefallen ist wir hatten trotzdem eine relativ gute zeit würde ich sagen was war dein highlight so also ich fand es ganz cool dass wir gestern in tracht hier waren zum ersten mal das war irgendwie ein ganz anderes feeling als normal klamotten das war cool und fahrgeschäftstechnisch natürlich der technopower endlich mal wieder die ganzen knopper sind das ist vielleicht gar nicht mal ein funtime turm oder ein xxl racer die jetzt hier uns irgendwie krass sind aber zwei topspins die sonst fast gar keine plätze halten hier die große doppelmaus was man halt sonst auch nie sieht überhaupt olympia looping alpina bahn hellenblitz alles auf einem platz zu sehen ist halt der wahnsinn das könnt ihr auch nur noch so hier in münchen erleben die fahrpreise sind natürlich verdammt hoch das ist halt einfach so aber das münchner oktoberfest ist ein internationales fest und ihr seht es ein xxl racer der zehn euro nimmt ein olympia looping der zwölf euro nimmt die dinger werden eingerannt und eigentlich interessiert ist hier kein wenn die leute das karussell fahren wollen dann sind sie auch bereit dafür das geld hier in münchen zu zahlen dass das woanders nicht funktionieren wird ist klar aber hier funktioniert das dementsprechend funktionieren auch hier zwei starfly und zwei pfeilverkirmen ihr dürft es auch nicht vergessen die wiesen sind das größte volksfest der welt das gelände hier ist gigantisch das könnt ihr nicht mit eurer kleinen innenstadtkirmes in diepholz oder sonst wo vergleichen es ist einfach nur eine riesige kirmes wie ihr seht wir haben jetzt schon zwei tage eingeplant und wir könnten auch diesen tag hier noch voll durchziehen kommt vorbei schaut es euch irgendwann mal an vielleicht einmal im leben sollte man das vielleicht gemacht haben wenn man aus deutschland kommt das ist ein kleines aushängeschild schon für die deutsche volksfestkultur auf jeden fall allein diese straße voll mit fahrgeschäften ja da hinten an der olympia looping vor kopf das einfach abends zu sehen gigantisch einfach damit verabschieden wir uns hier aus münchen ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja dann könnt ihr abonnieren dann seht ihr auch noch andere kirmesplätze in deutschland europa und von der ganzen welt mittlerweile oder eben auch freizeitparks wie ihr es gerade sehen wollt und ja dann könnt ihr beim nächsten video auch wieder einschalten wir verabschieden uns damit hier aus münchen servus